Also! So! Rude! Fläden zu holen! Und so! Wow! Dein Staubsauger! Oh Gott! Was ist das denn? Easy! Boy! So! Immer den hier! Easy! Easy going! Gucken wir mal! Bei die Twitch! Bei die Twitch, Junge! Anmelden! Dass sie noch so abgeht! Ähm... Anmelden! Der Tybio! Äh, was? Fuck! Jetzt! Okay! Der Sport! Easy! Äh... Vlog! Ähm... 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 Da ist... Da ist... Die Steam-Gulität hervorragend! Ähm... Die Webplate! Okay! Drehen! 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 Der Auftrag ist abgeschlossen! Easy! Hm... Darf ich jetzt nochmal? Ich finde Premium! Ne! Oh Mann! So! Was machen wir denn heute? Ne... Ein paar Aufträge an und so! Dude! Komm! Komm! Ich stehe die Kälte! Wir haben... Wir haben... Wir haben bei auch etwas... Eine Wohnschaft bekommen! Aber... Oder sind gewachsen! Zehn! Zehn! Alles klar! Alles klar! Komm! Auftrag! Easy! Und jetzt... Hier rein! Hier warte mal! Draußen! Wuppwupp! Äh... Steh Ding! Schleifstein! Set mal Stein! Zwei Stunden! Stimmt das ja? Alles klar! Ich hab gehört, das streamt irgendwie mal wieder! Wir kommen grad! Was? Nichts! Ich höre die ganze Zeit Staubsauger, alter! Staubsauger! 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 Ich komm an! Staubsauger! Ja? Ja, auf jeden Fall immer! Schleif mal Staubsauger! Vertrag mit magischer Pette! Boah, fuck! Oh man! Oh fuck! Alter! Ja? Hast du jetzt auch gesehen, dass da jemand streamt oder was? Ne, ne! Ich muss... Eigenwerbung machen! Das streamt jemand, Christian! Was? Du streamst da oder was? Ne, das bin ich angezeigt! Deswegen... Das ist der, der mir nicht angezeigt wird! Beef geklärt! Ne, erklärt! Merkmalsheim! Gegen den... Alles klar! Könige Gegenstände, Christian! Easy! Suche PvP-Gelder! So! Wollen wir es sagen? Easy! Hm... Ne... Hünswo! Häppeln! Wiohio! Verbrennt die Aue! Ne... Ich muss da hin, Herr Christian! Alles klar! Scherben bringen Glück! Ein bisschen früher... Ein Boss! Ich muss jetzt einen Boss fighten, Christian! Wie findest du die Stream-Quali, Christian? Habt ihr jetzt ein bisschen runter gesetzt? Und das soll jetzt irgendwie angeblich besser sein! Weil darüber irgendwie... Das... Wenn man zu viel... Äh... An Bitrate hochlädt, oder so... Keine Ahnung, kann das auch schlechter werden! Haben die da geschrieben! Jetzt hab ich das erstmal ein bisschen dezimiert! Easy! Und 24 FPS! Easy! Time, maa! Easy! 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 Ein bisschen anfällig zuhören! Was machst du denn, Alter? Christian Hä? Fappst du oder was? Was machst du denn, du? Wie hört sich das an? Total komisch Ich habe mir meine Kamel von der einen Box hier liegen Hier unten an meinen Füßen Wenn ich da drauf trete, geht meine Box hoch Und wenn ich sie wieder unten lasse Wow Das ist eine sinnvolle Funktion, oder? Muss ich mir jetzt angehören Eigenschaften So Fuck Jetzt Warte Ob du hier bist und ja Dislike Oh mein Gott, Christian Ich kann leider nicht Den Chat offen haben Oh, mein Handy ist auf dem Klo Scheiße Aber mein Tappet ist hier Was? Ein Handy ist auf dem Klo? Ja Das muss man kacken Das passt zu dir Dann eigentlich ist er halt in 90er Jahren besser der meisten Das macht es nicht so Das macht es nicht mehr Schuss Oha, oha, shit, 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 oh shit, wie viele streamen, fuck, aua, mann, Drecksstuhl. So, okay, so Christian, bist du bereit, äh, wo soll ich denn jetzt hin, weiter, erst, ähm, am, 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 don, am wird Donnerstag mit Doppel-N geschrieben? Dein Ernst? Ja, ja, oh nein. Der was? Was? Nein. Genau, Donnerstag. Ja, Doppel-N. Was? Das ist, du weißt, ich gar nicht mehr, wie Donnerstag geschrieben wird, Alter. Haha, ja, ja, ja. Mit Doppel-N. Ich gebe D.O. ein und dann kommt Dolly Buster Leipzig Eisenbahnstraße. Ist das hier nicht die, die hier auf YouTube mit Marcel Scorpion rumgemacht hat? Nein, Dolly Buster ist eine Porno. Ja, ich weiß, oh mein Gott, Coco Braun, Alter. Du Loob. Äh, aber das wurde von mir gesucht, warum? Tja, ach so, ja, das ist neben meinem Friseur, ich muss nicht, wie der Friseur heißt. Aber du weißt, ah, du weißt, wie das daneben heißt. Natürlich, das habe ich gemerkt, Alter. Weißt du, wo Dolly Buster dran steckt? Erotik-Shop. Ja. Alles klar. Überspringen. Das Movement ist ja echt ausreichend. Ausgeprägt, muss ich sagen. Snick-o-Snick, Junge. Oh, hä? Hä? In der fucking serious Ernst? In der fucking serious Ernst? Oh, jetzt geht's das wieder. Ah, mein Freund. O, was ich mit dem, ich bin. Oh, ja, mein Freund. Oh, ja. Oh, ja, Herr, muss ich sagen. Oh, ja. Oh, ja, Herr, muss ich mal aus. Tja, 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 Tja. Simon Destel ist immer noch großartig. Nico, ich weiß an was ich gerade gedacht hab. Was? Weißt du an was ich gerade gedacht hab? An mich? Nein. An... Der hat auch Hunger. Krieg ich jetzt nicht. Weißt du mit Redman, ne? Ne. Achso, da. Oh, klar. Das war zu lustig. Schön asozial. Der hat ja auch Hunger hat. Richtig asozial. Ich will mir Prinz angucken. Prinz? Prinz, Alter. Prinz. Prinz P? Wahrscheinlich. Ich will schon mal nicht angucken. Ja, ja. 3 Leute streamen. Montana! Blick! Down, down, down. Der kommt 3, Bio. Roll tonight. Immer noch. Der noch einmal ziehen? Nö. Ich will nicht. Alter, wie sie sehen. Achso. Der hat einen DX Razor. Scheiße. Muss ich mal kaufen. Da, 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 da. Ihr möchtet das Ding mal richtig. Bei mir läuft. Das ist klar. Ich halte mich mal ein bisschen leiser. Ich bin ganz schön laut. Ich bin ganz schön laut. Hallo! So. Okay. Jetzt ist der leise, oder? So. Ein DX Razor. Ist gut. Warum hat der DX Razor, Alter? Oh, hier. Der ist auch mit Leider. Nein, der ist in... Besser. Ja. Was machst denn du, Alter? Ich weiß nicht mal. Bist du behindert, oder was? Ich weiß nicht mal. Was anderes lohnt sich nicht. Die mir läuft, Alter. Ja, weil dir läuft nicht hart, also so. Stehe im Kinnl. Hehehehe. Hehehehe. Bam-bum-bum-bum-bum. Hatschner. Gibt's dich eigentlich auch in Schlau, Christian? Mh, b-b-b-b-b-b-b Das ist echt voll krasse Beatbox-Künstler, muss ich sagen. Danke. Hashtag no hate. Was? Hashtag hate. Gleich mal Twitter. Nach Talford. Twitter-Aktien steigt. Oh mein Gott. Wieder Fanny-Fancy. Kann man hier irgendwas retweeten? Ja. Kann man retweeten? Was ist das? Den zwei Pfeilen. Juckt? Nein. Pfeilen-Snacker-Snack wurde abgeschickt. Retreat? An mich? Ja. Der Dreamhack mit der Stormball. Mein Gott. Mann, sohn. Und du kommst vorher gelangweilt, alter. Ja. Das fand ich geil. Wollte sagen. Scheiß. Scheiß. Was kommt hier gerade? Hier kommt gerade Casper und... Chris? Nee. Casper, Kollege und Favorite. Das ist aber ein geiles Lied. Boah, Favorite, also den kenne ich doch. Muss ich den kennen? Der ist krass, der Typ. Alles klar. Zählen oder was? Ich kenne es. Das war Pressos. Okay. Aber Zeit mal von dem ein neues Album reinzugreifen. PC, Cuda, Hexagon. Alles klar. Geil, ne? Ihr braucht weitere Berechnungen. Hey, ist das nicht in Ernst, oder? Ey, nee. Ist das nicht in Ernst? Ich hab Babes am Sacken. Außerdem, ich sitze heute so in der Schule. Oh shit. Und, äh, mit dem Stuh vor mir mach ich so gewisse Dinge. Das sah ein bisschen falsch aus von weiter hinten. Ich war einfach langweilig. Ich hab irgendwas... Meinst du auch von weiter vorne? Weil ich hab einfach... ...stuhigen den Lernbeweg. Und dann kommt der Lehrer zu mir. Und sagt, kannst du auch für deine Eier zuschauen können? Okay. Fahrspiel, alles klar. Also, auf witzige Art. Dann hab ich... ...gemacht. Hä? Vorpistig! 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 Hab ich gemacht? Haben wir angesprochen? Nein! Haha! Nein, natürlich nicht! Natürlich! Natürlich! Ist doch der gute Christian aus der Nachbarschaft! Natürlich nicht! Das ist doch klar, dass wir das machen! Das ist... Mit dem Nordpolscher Anglersprang! Nee! ... 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 Hey, nicht schon wieder. Ich hab halt gestern EBS 4 Haze weggeplaust, ey, da ist mir fast mein Hirn weggeflogen. Halt. Ich würde jetzt gerade wenigstens der Heinrich Himmler abstimmen. Äh... Äh, nein! Doch! Heinrich Himmler ist vor der Krasse. Äh... Ich hab's geschafft! Ahu! Alter, nein! Oh, ich dachte schon, er öffnet ihn wieder. Oh, oh! Nein! Doch! Ich bin gebuckt! Ich backe! Verpiss die Auto! Ich komme nicht mehr raus! Ah doch! Alter, wtf! Fuck! Na? Hä? Nein! Nein! Alter! Was zum Teufel? Mate! 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 Was soll denn das? Made! Äh, komm! Und jetzt ganz... Gechillt! Darüber! Komm! Fuck! Fuck! Oh Mann! 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 Oh nein! Oh nein! Oh nein! Hashtag no hate! No hate! Ach, da kann man auch ganz easy drauf! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Ich mach's mir so schwer! Was machst du denn, Alter? Du facket! Du machst Wind genau, Christian! Ich mach Wind! Ich weiß, was ich mir dann hören wollte! Im Wagen! Oh, mir sitzt ne geile Schlampe! Ja! Geile Alter! Er fährt ein junges Mädchen! Ich frag mich, wie alt sie wohl ist! Ich hoffe, sie ist neun Jahre alt! Denn dann macht es viel Spaß! Keine Ahnung! No hate! Hashtag no hate! Hashtag is just a prank! Im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen! Du 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 Sie fährt allein und sie scheint Schüppst zu sein! Schüppst? 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 Chüppst? Achso ne, ja. Kennen nicht ihr Ziel, ich merke nur, sie fährt mit viel Gefühl, Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen, ich möchte gern wissen, was sie gerade denkt, hört sie denselben Sender oder ist ihr Radio aus, fährt sie zum Rodebo oder zu Klaus, da da, da, bin ich nicht cool, ja, ich bin cool, tut mir leid, die Märchen ist langweilig, ja, du bist langweilig, Alter, Standard, ich weiß nicht, Alter, ich glaube, ich gucke mir das, äh, Deadpool schon bei der Vorpremiere an, ich weiß, ich habe keine Ahnung, Alter, ich hype das so extrem, und ich glaube, denke ich nochmal mit ihr hin Nein, du Facket, das war mein Bossmonster, boah Ah, hi Easy Man, ich würde hier mal gerne irgendwie irgendwas krasses befeiten, die sind alle zu low für mich Ich glaube, ich muss mal irgendwie, keine Ahnung, äh, bisschen auf, äh, World of Nerds fragen, ob hier jemand Bock hat, mit mir das Spiel zu spielen Das hat ja so gut bei den anderen geklappt Ja, Black Ops, also wer spielt denn schon Black Ops? Mehr als das Spiel wahrscheinlich Ich glaube ja nicht Der Screenshot holt schon Boah, lol Naja, aber das ist ja auch ein gutes Spiel, ne Naja, du kannst ja Tja Naja, das ist Penus Also die von den Spielen erwarten, dass wir abstatten können, was gute Spiele sind Ja, du weißt nicht, was für die Spiele sind, das stimmt total Okay, wenn du ihn nicht ausgangs verstehen kannst Du bist ein Gelder Ich bin halt der Coolste Ich muss niemanden verstehen, weil ich kein Deutsch kann Was? Weil ich kein Deutsch kann Was? Ja Das war echt schlimm Weil ich das auch total gesagt hab Ja Ja Oh Mann Der Christi ist schon wieder ganz bockig, ey Auf jeden Fall Auf jeden Fall Los, irgendwie Oder auf Herzi zu Klaus Pram 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 Auf jeden Fall hab ich einen Oberm erzeugt Ne Ich hab's einfach mal so gesagt Weil ich nicht wusste, was ich sonst sagen soll Ja 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 Bam bam Bum 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 tai Um Bum 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Ja! Was ist das? Oh Das war's für heute. Oh Das war's für heute. Hier sind wir gegeneinander! Hm. Warum nicht? W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W. Der Auftrag ist abgeschlossen. 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 Das ist so dämlich, Alter. Wow. Der Auftrag ist abgeschlossen. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Oh, man. Was ist das? Ja Das war's für heute. 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 Oh Gott. Oh Gott. Das war's für heute. Das war's für heute. Was war's für heute. What?